Ich bin Seri Gasser, bin 22 Jahre alt und bin seit einem Jahr beim FC Varduz und spiele auf der Rechtsverteidigerposition. Das ist natürlich immer schön und auch jetzt, weil ich noch einen laufenden Vertrag hatte, dass wir ihn jetzt schon verlängert haben. Das ist ein Zeichen von Vertrauen. Das zeigt mir auch vom Verein, dass sie auf mich sitzen. Es ist natürlich umso schöner auch in dieser Situation, das zu unterschreiben und auch die Sicherheit für die nächsten drei Jahre. Es ist ein schöner Moment für uns als Verein, wie auch für Seedi als Spieler. Ich glaube, es ist schon ein Zeichen von Wertschätzung, dass man den Vertrag jetzt schon vorsichtig verlängern konnte. Und Seedi hat sich jetzt einfach auch verdient durch seine guten Leistungen bei uns. Ja eben, es zeigt auch einfach, dass sie an mich glauben, dass sie mir eben auch den Vertrauen schenken. Und ich freue mich, dass ich die Chance jetzt auch rüberkomme und ihnen zeigen kann, dass ich es wert bin und ihnen den Vertrauen auch zurückgeben. Ja, wir wissen, was wir an Seedi haben. Ich glaube, er passt perfekt zu unserem Verein, zu unserer Philosophie. Er ist ein junger Spieler aus der Region. Er ist polyvalent einseitbar, ob es eine Dreierkette ist oder ob er im Mittelfeld, auf der rechten Seite kann er auch spielen. Und für uns war es ganz klar, dass wir Seedi länger beim Verein behalten wollten. Ja, wir sind jetzt so nahe oben dabei und eben der Barrage-Platz ist in Reichweite und wir werden jetzt einfach in den letzten Spielen alles geben, um diesen Platz zu behalten. Und eben, wenn der Barrage ist und wenn wir auf dem Platz sind, dann kann alles passieren. Ja, ich denke, er kommt sehr über seine Physis und die Schnelligkeit. Er ist ein schnellkräftiger Spieler, extrem zweikampfstark und hat auch ein sehr gutes Timing beim Kopfball. Er ist polyvalent einsetzbar, ein sehr, sehr dankbarer Spieler und wir sind froh, dass er bei uns bleibt. Ich werde sicher mal immer vollen Einsatz geben und mit meiner Physis und auch eben Schnelligkeit kann ich, werde ich immer voll gehen und eben da auch ins Spiel reinbringen und so auch halt mal durch den Kampf ins Spiel reinfinden und da auch am FC Verdun zu bringen. Und natürlich auch eben in der Verteidigung durch den Spielaufbau können Sicherheit reinbringen. Ich fühle mich sehr wohl da und ich bin auch wirklich gut aufgenommen worden. Der Verein ist gut aufgebaut. Wir haben super Voraussetzungen und es gefällt mir richtig gut da. Ja, also Edim, für mich freut mich das natürlich sehr, dass da heute zustande gekommen ist, in drei Jahren Vertrag. Du hast da hart erarbeitet, tagtäglich, ich kenne deinen Weg und das macht mich sehr, ich bin sehr stolz auf dich, dass du da heute herangebracht hast. Und mach weiter so, gib alles und möchte auch dementsprechend auch noch dem FC Verdunz noch Danke sagen für das Vertrauen in dich und in uns und auf eine gute Zusammenarbeit. Ich bin froh, dass ich meinen Vertrag habe um drei weitere Jahre verlängern konnte. Ich möchte mich ganz herzlich bei meiner Familie bedanken, auch natürlich bei Front Group, die es möglich gemacht hat und natürlich auch den Verein. Und ja, alle Front Group Fans, bleiben gesund und wir sehen uns bald wieder mal. Ciao zusammen!